Ja, willkommen zurück, es geht weiter. Ja, wir standen letztens hier in diesem Bild. Ich, ähm, wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier irgendwo, hier, äh, wo da, genau. Hier standen wir, ich hab den Wegel mal gerade hochgeschickt und an den Spinnen vorbeigeschickt und, äh, er hat's knapp überlebt, sagen wir mal so. Und hier kommt unsere Henriette, äh, Nastjenka schon mit Haltrecken runter. Und oben hab ich eigentlich gesagt, die sollen, äh, dieses Ding hier einpacken. Anscheinend können sie das nicht. Ja. Mach mal. Jetzt. Ja. Super. Gut, ähm, denn ich muss ein paar Lager aufbauen, denn ich brauch Kristalle. Ich hab's im Kommentar gelesen, dass wir Kristalle brauchen und mir ist es auch klar geworden, nachdem ich mal kurz geguckt hab, hier vorne, ja gut, sieht man jetzt nicht, auf diese Ständer müssen Kristalle drauf. Und auf diesem Ständer war auch schon ein Kristall. Und ja, dann hab ich's mal rumprobiert. Die Lichter gehen nach rechts schon mal definitiv nicht, aber dazu kommen wir später nochmal. Jetzt geht's erstmal, ähm, weiter mit dem ganzen anderen Kram hier. So, und jetzt geht's, los. Wir greifen jetzt die schönen Spinnen an. Hier liegt übrigens noch sehr viel Kristalle, also entweder machen wir das schnell, aber ich glaub, ich hab noch was im Lager. Und so zehn Stück sollten ja definitiv ausreichen. Da ist die erste. Los geht's. Sie hat schon fast das komplette Leben verloren, diese Spinne, nachdem Ursul schon mal voll drauf geballert hat. Sehr schön. Ich glaub, das wird ein Rushen hierdurch, aber gleich da hinten kommen mehrere Spinnen auf einmal. Dann wird das Ganze was schwieriger. Ich denke mal, diese Spinnen sind aber auch definitiv hier, ähm, boah, ist die Pistole. Geil. So weit von schießen, ja. Gut. Ähm, ich denke mal, das ist aber auch definitiv ein Grund, ähm, wieso die, ähm, ähm, Moment, Spinnen hier sind, weil man Kristalle braucht. Kristallerz tut es, glaub ich, nicht. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber könnte natürlich auch mal sein, dass es geht. Das könnte natürlich, könnte natürlich sein. Wir probieren das gleich einfach mal. Ich nehm mir schon mal einen mit. Diesmal nehme ich so viele Heiltränke mit und tatsächlich brauchen wir eigentlich gar keine. Naja, egal. Das waren schon alle Spinnen. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Gut, dann waren das schon alle. Dann waren das anscheinend schon alle. Okay, wir probieren mal kurz aus, ob Kristallerz auch funktioniert. Mit den anderen gehen wir wieder munter da oben. Öffnen kurz noch hier die Fässer. Oh, Golderz. Und Kohle, ja. Kohle ist egal, aber das Golderz nehmen wir gerne mit. Bam. 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 Bis jetzt nicht alle zu öffnen. Genau oben. So, oben müsste das Lager, die Kiste hier eingeparkt sein. Ja, scheint so. Gut, dann lege dieses Luxusbad mal bitte nach hier unten Und du packst dir bitte dieses Lager hier Lager 19 oder Lager 18 Das ist jetzt die große Frage In welchem was drin ist Das ist jetzt wie ein Ja Glücksspiel Naja, wir nehmen mal beide mit Ach, die hat sogar noch ein Lager Welche Lager hast du jetzt alle? Das ist Lager 18, okay Dann gehen wir doch das aufbauen Und hoffen einfach mal Dass es das Richtige ist So, und das Tänker ist unten Wir probieren es mal Nein, es geht nicht Es geht nicht Und wie man sieht, man braucht auf jeden Fall jetzt Kristalle Und dann, bam, geht es Und hier unten, wie gesagt, da ist nämlich auch schon einer drin Hier vorne liegt auch noch ein Kristall Hab ich eben gesehen, hier irgendwo Lag einer Oder hab ich den da abgelegt Egal Gut, Kristallerz können wir nicht gebrauchen Den Kristall können wir schon mal hier dran tun Wir müssen sowieso Richtung rechts Das heißt, das Licht wird dann irgendwie reflektiert Und dann geht es weiter Und ich meine, hier lag noch ein Kristall, genau Oh, und ich müsste eigentlich noch so fünf oder sechs Kristalle haben Ich hoffe mal, die reichen aus vom Lager Ähm, ansonsten wird es knapp Sag ich jetzt mal so Ja, welchen man jetzt wo legt, weiß ich noch nicht Da können wir uns später rum Erstmal können wir diesen Zwerg hier auch wieder nach oben schicken Wenn er den Kristall abgelegt hat Abmarsch Ja gut, du kannst ja zwei Zet haben Ja schon jemanden, der Das Lager aufbauen soll Gut Ja, eben Was soll man sagen Äh, ja genau Die können wir natürlich benutzen Um den Reaktor Äh, einzunehmen Ähm Von dem anderen Zeug Können wir nichts mehr gebrauchen Hier vorne haben wir doch super viel Kristallerz Aber Also wenn die Schleiferei jetzt da drin ist Könnten wir das auch herstellen Die Frage ist, ob das so viel schneller geht Oder eher länger dauert Und ich glaube eher, dass es länger dauert Und ich sollte meine Oma wieder anmachen Das habe ich gerade auch vergessen Ne, die läuft sogar 23 Minuten So Sie fährt nach oben Inriette ist auch schon da Zack Plopp So Wir können natürlich hier noch jetzt, ähm Die Sachen einlagern Hier, rohe Mineralien und so Für die, die in der Freizeit Äh, nicht gerade in der Freizeit hängen Wäre das natürlich eine Option Wie zum Beispiel Liebe Inriette Wenn sie dann mal kurz schlafen gegangen ist Macht sie das dann mal einfach Sag ich jetzt mal Lege ich jetzt mal so fest Anna Stenka muss gleich noch Und das Lager steht Das Lager steht Was haben wir hier drin Was haben wir hier drin Ähm Let's go Was ist da lauf zu Lagers haben wir hier drin Wir haben Lagers hier drin Lägerchen haben wir hier drin Was haben wir für Lägerchen hier drin Wir haben das Lager Nr. 3 In dem Goldeisen und so drin ist Und das Lager 1 Kommt 1 Ne 7 7 ist Nahrung Okay Gut Wenn wir jetzt Glück haben Ist Lager 3 genau das drin Was wir brauchen Jetzt kommt es natürlich drauf an Glück oder Pech Das Runde hat Ja Das heißt Abbauen Oh leg los Was laufen die denn Über diesen Umweg hier Anstatt direkt runter Bescheuert Egal So ich packe das Lager wieder auf Dann bauen wir Lager 3 auf Und ich hoffe mal Dass es das Richtige ist Sonst dauert es noch länger Ja Also Wünscht mir Glück Oder wie Jo Haben wir eingenommen Sehr schön Können wir direkt einpacken Oh Wenn wir die Männer Übrigens freilassen Dann müssen wir ganz schnell Hier alles frei Äh Einpacken Und Mitnehmen Hier brauchen wir eigentlich Gar nicht einzupacken Wir nehmen uns einfach Das Golderz mit Und dann ist gut Aber hier die anderen Sachen Wie Luxschlafzimmer Die würde ich gerne mitnehmen Also wenn wir kurz nachher Bevor wir den letzten Kristall setzen Um die Wände zu befreien Alles abbauen Und dann direkt Ab in die nächste Welt Denn wie gesagt Das Tor ist ja auch sofort hier Das konnte man ja sehen Blüpp blüpp Schönes Tor Ah Sag ich sie Nischenkaschen So Free Time Oh Henriette Hatte ich doch eigentlich gesagt Sie soll Hier irgendwas einnehmen Oder einlagern Vielleicht hat eigentlich einlagern gesagt Das ist ja egal So Hebe das auf Das müsste jetzt Lager Nummer 3 sein Ja Lager 3 aufheben Und aufbauen So Jetzt wollen wir mal hoffen Dass wir das Richtige haben Und da das ganze Kristallzeug drin ist Wenn nämlich nicht Dann wird es Ja Problematisch Sag ich mal Genau Henriette sollte doch jetzt eigentlich Arbeitszeit bekommen Und das Zeug Ja gut Dann kann ich schon mal die ganzen Kristalle mitnehmen Also ich denke mal Ich mache das Lager doch voll Wieso nicht Wenn die hier ein bisschen Zeit haben Können die ja gerne ihre Rohstoffe da alle einlagern Das ist anstrengend Das nervig So Lager ist aufgebaut Fast Komm Bitte lass Kristallärztin sein Bitte Ich habe nicht Lust das andere Lager noch aufzubauen Tok Tok Nein Doch Ja Kristalle Kristalle Einmal Zweimal Dreimal Drei Kristalle Drei Kristalle Drei Kristalle Ja Schlecht glaube ich Denn wir haben Eins Zwei Drei hier Ich gehe mal gerade den Weg durch Also Wir müssen ja definitiv hier unten rauskommen Wenn wir das eine machen Also hier Ein Zwei Drei 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 Vier Fünf Sechs Ja das müsste sogar der Weg sein Wenn man den kürzesten genommen Man könnte wahrscheinlich auch Zack 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 machen Ja definitiv sogar Dann wären es eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Da ist aber auch einer dran Sieben Wären es dann Aber definitiv Reichen drei nicht aus Drei reichen sowas von nicht aus Das heißt ich muss 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 Irgendwann die die Schleiferei schnell bauen Und dann noch ein paar Kristalle machen Oder aber Gucken ob in dem anderen Lager Das Nummer Lager Nummer Uno Da was drin ist Ja jetzt wollen wir mal gucken Welches Lager denn sich Äh Als das richtige behauptet Haben wir das Lager eins eben raus Schon gehabt oder Nicht So Lager 18 hat man aufgebaut Das war es ja nicht Lager 23 haben wir noch Und Lager 19 So Ja Lager 19 ist Auch Kissen Und der Lager 23 Ich nehme mal Ich nehme mal Lager 19 Ah ist ganz linke Oh wünsch mir Glück Wünsch mir Glück So Lager 19 aufbauen Ah es zieht sich jetzt gerade hin Wie man so ein bisschen sieht Ähm Ja werf mal dein ganzes Zeug hier weg Ich weise dich jetzt einfach mal zu Du kannst die ganze Zeug einlagern Dann kann man da wenigstens mitnehmen So Zugewiesen Wunderbar Okay ähm Aber haben wir vielleicht hier noch ein paar Kristalle Die zu blauen Pünktchen sind doch garantiert Da haben wir noch einen Hier ist die Schatzkiste Und Da haben wir noch einen und zwei Sind benutzt Dann haben wir momentan Insgesamt Äh Drei Und hier unten vier Und oben nochmal drei Haben wir sieben Stück Sieben Kristalle So Aber wir müssen jetzt mal zählen Wir haben vier zur Verfügung Die anderen Ne wir haben Den hier auch noch Dann haben wir eins Zwei 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 sind fünf Dann haben wir fünf Kristalle zur Verfügung Das heißt Wenn wir mal den Weg gehen würden Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Also wir brauchen definitiv noch zwei Oder der andere Weg halt Eins Zwei Drei Ne Doch Drei Vier Fünf Sechs Ja Sechs Dann brauchen wir definitiv nur einen Also wir brauchen ein, zwei, drei Kristalle auf jeden Fall noch Und wir müssen natürlich überlegen Hier vorne Wenn man nach da geht Dann noch zweimal Also Sieben Kristalle oder so brauchen wir Definitiv Gucken wir mal Welches Lager wir haben Oh Nicht das Richtige Wo ist die jetzt hin? Ne Du packst jetzt nicht den Reaktor ein Damit Damit Komm bitte Lass hier einfach diese Kristallschmiede drin sein Oh es darf nicht weinen Wie Pech kann man haben? Aber hier ist Lager 24 Was denn 24? Hä? Geht's noch? Lager 24 Hab ich nicht auf meinem Zettel stehen? Das darf doch nicht wahr sein Was ist denn der Lager 24 jetzt drin? Wieso ist hier die Schleiferei nicht drin? Mann Abbauen So Zugewiesen Abbauen Bau ab Bau ab Lager 34 Könnt natürlich auch noch was sein Aber Ich denke Lager 23 wird dann definitiv Das andere Zeug drin sein Unglaublich diese Scheiße Unglaublich Wenn die so hoch entwickelt sind Frage ich mich Warum die keine Schleiferei haben Nicht zu fassen Oh ist deine Stimmung kaputt? Oh Tja Ich bin deine Stimmung kaputt Das kann ich jetzt auch nichts dran ändern Ja 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 Wie lange das Ganze hier dauert Es ist unglaublich Ich will eigentlich nur in die andere Welt Und Es dauert Und dauert So Lager 23 Jetzt letzte Chance Ob ihr wirklich richtig steht Seht ihr wenn das Licht angeht Bing So Einfach mal Turbo Boost hier rein Tick 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 Oh Bist schlecht gelaunt Oh Tut mir aber leid Tut mir nicht leid Tick Äh Ne 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 Es gibt viel zu tun für dich Guck mal hier! Einlagern. Macht Henriette gerade auch nicht. Also, Nastienka. Geh einfach hin und mach einen auf Einlagern. Okay, das macht jetzt Henriette. Ach, Henriette macht das nochmal, okay. So, guck mal, wie das mit dem Lager aussieht. Die hat das aufgebaut. So, Schleiferei, Schleiferei. Das ist ein Labor. Ne, jetzt bleib hier! Wieso hab ich den Hoverboards gegeben? Viel zu schnell, das Ganze. So, wir haben das Lager 1, glaube ich, hier drin. Ja. So, können wir das ausprobieren. Und dann nehmen wir noch... Das darf nicht mehr sehen. Wo ist die Schleiferei? Waffenfabrik. Lager... Kristallschmiede... Es ist... Ich will keine Kristallschmiede, ich will eine Schleiferei haben hier. Okay, und es bleibt nichts anderes übrig, als Lager 1 zu probieren. Das darf nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss gleich mal einen Break machen und mir mein alte Let's Play mal angucken. Okay. Okay. Oh, jetzt... Ah, geht's dir zu gut? Pack die Scheiße ein. Zuerst nimmst du das Lager raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in Lager 1 nichts drin ist und ich werde jetzt mal Folgendes machen, bevor wir hier weitermachen. Ich mache jetzt mal einen Break, speichere das Spiel ab und gucke mir mein Let's Play mal an. Und suche mal, wo ich denn die Schleiferei reingepackt habe, beziehungsweise ob ich noch mehr Kristall habe. Also, bis gleich, Leute. Bis später. Ja, da sind wir wieder und ich habe im Let's Play... Äh... Ne. Also, jetzt gerade hatte ich es ausprobiert, hat es geklappt. Dann geben wir jetzt Freizeit, wenn sie keinen Bock hat. Gut, da kommt nämlich auch schon unsere andere Frau. So, gib Gas. Also, ich habe im Let's Play mal geguckt, habe da nicht wirklich viel... Ja, pack ein. ...viel gefunden, ähm, habe dann aber nochmal schnell das Lager 1 aufgebaut. Und, siehe da, es liegen Kristalle drin und auf jeden Fall genug. Daher Glück im Unglück und... Ja. Dann, äh, hätten wir es gefunden, sag ich mal so. Die anderen lagern jetzt hier noch frisch und fröhlich ein. Habe ich auch nichts wirklich gegen. Können die gerne machen. Und mit den anderen hier, ähm... Ja, wird dann nachher oder bald eher gesagt dann umgezogen. Achso, dann die ganzen Sachen. Das war das Origin. Jemand ist online oder offline gegangen gerade. Was ihr da gerade gehört habt, diesen Sound. Ähm, ja. Also, ich werde jetzt dann die Gebäude gleich alle einpacken. Ähm, hier geht es sehr schlecht, aber das ist mir doch egal. Vielleicht solltest du einfach mal runter Ernährung machen. Äh, ja. Essen gehen. So, ähm... Hier wird schon, äh, ja, gut was eingelagert. Glaube ich. Oder auch nicht. Doch, Ursula lagert, äh, Zeug ein, glaube ich. Das finde ich super. Und... Ja, wieso auch nicht. Kann man ja mal machen. So, dann haben wir den Reaktor schon eingepackt. Dann haben wir die Bowlingbahn noch nicht eingepackt. Ähm... Und dann haben wir noch ein paar Schlafzimmer und sowas hier. Ja. Das packen wir gleich alles ein. Ähm... Aber zuerst brauchen wir jetzt ein Wiegelchen. Wie die Urselchen. Ja, die Urselchen ist eigentlich die einzige, die Euro beschreibt. Um die Sachen mitzunehmen. Aber die anderen haben alle übelst schlechte Laune. Also zumindest ziemlich schlechte Laune. Naja. Die Laune sinkt sowieso in den Keller, da ja... Ah, Anushka. Anushka hat gute Laune. Anushka muss nur ins Bett. Okay, Anushka geht ins Bett. Und dann, äh, hat gute Laune und wir gehen runter. Gut. Da sind die Kristalle! Juhu! Zack. 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 Und nochmal. Zack. Zack. Wisst ihr was? Mir ist jetzt egal. Ich nehme einfach das Denker mit nach unten. Passt schon. Wird sie schon überleben. Bambadam. 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 So, das Ding können wir hier einpacken. Da sind sogar noch mehr Kristalle, aber das ist Kristallerz. So, und dann geht's jetzt ab nach unten und wir fangen mal mit diesem Questchen hier an. Aber... Gut. Ähm, wird das Let's Play halt ein bisschen länger. Aber das ist nicht schlimm. Das ist voll okay. Rohe Mineralien einlagern, dabei nimmt sie ein Teil in die Hand. Hier vorne liegt noch zu sehr viel. Ähm, naja, wir sagen mal nichts dazu. Und halten uns einfach mal ganz schlicht, ähm, hinten, sag ich mal so. Oh, Anushka geht jetzt, ähm, schlafen. In die Luxuschlafzimmer. Und... Das Gold ist auch eingelagert, super. Mhm. Komm, ess doch was. Sei da nicht so traurig. Einfach mal essen. Essen ist immer gut. Ja, ähm, irgendwie... Ähm, hab ich auch vergessen meine Uhr hier wieder. Hier, hier, hier zu starten. Neusturte. So, dann geht bei 8 Minuten weiter. Okay. Ähm, und irgendwie, was auch ist, ist irgendwie, wie man vielleicht merkt, ähm... Dann haben wir ein Bug hier. Das Kristallerz steht in der Luft. Ne, wir haben keine Musik mehr. Wie auch immer. Okay, dann unterhalte ich euch. Ähm, vielleicht hat ja jemand Geburtstag. Happy Birthday to you. Ne, Quatsch. Ähm, ja. Ähm, dann müsst ihr euch einfach auf diese wunderschönen Wiggles, äh, Stimmchen und, äh, meine Stimme, äh, mit zufrieden geben. Ähm, hoffe mal, das ist okay. Falls ihr nicht Pech gehabt. Nein, Quatsch. Okay. Gut. Ja, unsere Wiggles laufen jetzt, ähm, fröhlich, munter weiter zu diesem Punkt hier und dann geht's los. Ja, und dann mal gucken, wie uns die neue Welt erwartet, ähm, wie sie aussehen wird und so weiter und so fort. Ein bisschen Vorgeschmack haben wir ja schon gehabt hier, ne? Ob das jetzt ein Bug war oder ob das jetzt absichtlich, äh, da schon platziert worden ist, so nach dem Motto, hier, Nähe, die Nähe kommt. Aber, ja, man weiß es nicht. Egal. So, Anoushka, wie geht es dir? Ja, gut, wir brauchen ja eine Zeit lang da unten, bis wir die Gebäude abbauen. 20 Minuten haben wir die Gebäude auch abgebaut, denke ich mal. Sollten wir es schaffen. Da haben wir ja auch noch die Männer zur Unterstützung. Das Problem ist halt einfach beim Abbauen, da kann man die Züge nicht dazu zwingen. Wenn die gerade keinen Bock haben, dann, äh, ist das scheiße. Ne, ich bin jetzt nicht dafür, dass so ein Pilz ist. Ich bin dafür, du, du machst noch ein bisschen Lagern. Ne? Boah. Boah. Johanna, geh mal pennen hier. So, wir sind angekommen. Okay, das heißt, wir legen dann mal... Och, nein. Okay, dann müssen wir noch ein Zwergkischel nach unten schicken. Ich hab nämlich definitiv was sehr wichtiges vergessen. Da vorne muss einer hin. Und zwar brauchen wir diesen hier, den Ring der McGee. So, wir haben ja Anushka hier. Macht jetzt einfach mal folgendes. Die packt sich den jetzt mal und, äh, isst vorher aber noch was. Komm, gib Gummi. Und vorher was essen. Lalala, lalala. Lecker, lecker, lecker. Abmarsch gut, alles klar. So, Abmarsch nach unten, Abmarsch nach unten. So. Das Tänk hat ein Kristall platziert. Also, wir haben hier einen, da einen. Da einen. Dann muss hier vorne einer hin. Dann können wir hier den Gang graben. Da können wir den Gang aufgraben. Und hier auch. Blitz platziert. Gut. Gib Gummi. Lauf. Wieso geht sie jetzt von unten? Also, nach unten arbeiten finde ich einfacher als nach oben. Aber, naja. Lassen wir das diesmal entscheiden. Die kennt sich da wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Gut. Platziere den Kristall. Bing. So. Abmarsch nach unten. Grab mal was schneller hier. Grab mal was schneller hier. Nee. Du gräbst jetzt. Jetzt geh da runter und mach es von unten. Tickt ja nicht mehr ganz sauber. So. Den können wir auch schon platzieren. Denn das ist ja dieser Weg hier. Wenn tschu, 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 die Tür zerstört wird. Ich hoffe mal, dass wir uns diese, ähm, strahlen nicht töten können. Na, wir werden es hier rausfinden. Und dann auch hier einen hin. Den da vorne können wir uns jetzt gleich schon mal nehmen. Haben wir nämlich nochmal einen. Und hier noch einen hin. Bling. Also wie gesagt, ihr könnt die Wege auch anders legen. Also, ähm, ich denke mal, dass es anders auch funktionieren sollte, wenn ihr jetzt meint, hier hinzulegen. Dann da, dann da, dann. Da, dann da, dann da, dann da, dann da. Nee, das geht gar nicht. Es geht tatsächlich nur einen Weg. Okay, dann habe ich auf Anhieb den richtigen gefunden. Cool. Sehr schön. Freut mich. Ja, wir haben hier ein, da ein, da ein. Da ein, da ein, da ein. Da ein und da ein. Und unser Zwergelchen, der das Ganze gleich in Gang setzt, ist schon fast da. Fast da. Ist er. Und dann geht's ab die Post. Ne, ähm, Garage tiefer. In the lover world. So. Dann haben wir den auch noch. Können wir mit einer Stanker schon mal hier unten graben. Und schon mal die anderen Kristalle können wir natürlich auch schon legen. Natürlich muss man einfach den wegnehmen, denke ich mal. Ich denke mal, dass der Strahl nicht direkt voll durchgeht. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ähm. So. So. Irgendwo hin. Irgendwo hin. Irgendwie in die Mitte so. Entschuldigung. Irgendwo hin. So. Nee. Du bleibst schön hier unten. So. Und das Tanker ist fertig. Gehen wir die einfach mal da oben hin. Und dann setzen wir mit Anushka mal das Ganze hier in Gang. Und los geht die Party. Wie. Seht das nicht geil aus? Sieht das nicht geil aus? Coole Sache. Wie. Die Tür ist offen, wie man sieht. Yeah. Okay, ich hätte jetzt gern gesehen, wie die Tür kaputt geht. Hm. Ja, leider habe ich nicht gespeichert. Egal, ich glaube, ich mache am Ende dieses Let's Plays, schneide ich das nochmal schnell rein. Dann mache ich das Ganze einfach nochmal schnell im Schneudurchlauf bei einem geladenen Save Game. Und dann zeige ich euch das auch noch schnell. Nicht wundern, Save Game 4 ist auch gespeichert auf diese Stelle. Müsste sogar. Das andere auch noch sogar sein. Nee, das andere nicht, aber wie man sieht, das passt. So, ähm, nee, das passt nicht. 19 Uhr. Haben wir schon 7 Uhr? Nein, haben wir nicht. Ach, okay, wir haben den 25 und wir haben 18 Uhr und meine Uhr am PC hat, äh, vom Wiggles hat sich nicht umgestellt. Sehr schön. Gut, die Uhr vom Wiggles funktioniert nicht mit automatischer Rückbestellung. Windows 7 Uhr hat sich nämlich zurückgestellt, das weiß ich. Aber Wiggles hat das nicht so ganz gecheckt. Okay, ist egal, dann sind wir jetzt immer eine Stunde später. So, jetzt kommt aufs Exempel der Test. Können wir durch diese Strahlen gehen? Bläh, wir burnen! Nein, wir burnen nicht. Okay, und wenn ich jetzt einen rausnehme, dann... Blüh! Gut, dann, ähm, holen wir jetzt die anderen Kristalle und, äh, legen den Rest weiter. Anushka, du kannst jetzt, ähm, du kannst nach oben gehen. Viel Spaß. Und das Tanker packt den Kristall hier auch noch. Und jetzt kommt's. Wir öffnen die Schatztruhe. Was ist in der Schatztruhe? Was finden wir? Blum! Wuh! Ein Flammen-Amulett! Yeah! Sehr schön, sehr schön. So sieht das Ganze nicht aus, weil der Boden das Ganze, ähm, verdeckt. Ah, schön. Das sieht genau aus wie dieses, äh, andere Amulett, was wir da oben haben. Außer, dass es rot ist. Hö, hö. Und das ist übrigens genau, wie gesagt, das hab ich ja schon mal erwähnt, dieses Flammen-Amulett. Dass man es hier bekommt, wusste ich nicht, aber, ähm, man bekommt es halt hier, ne? So, und... Ja, also auf jeden Fall, dieses Flammen-Amulett ist mit diesem Flammen-Schwert, ähm, super einzubringen. Naja, da wir das Flammen-Schwert ja leider nicht haben, können wir das Flammen-Amulett auch nicht wirklich großartig benutzen. Also, es bringt schon was, wenn man es im Inventar lässt, aber ich weiß jetzt nicht wie viel oder was auch immer. Mit der Waffe wäre es natürlich besser, aber egal. Lassen wir das mal. Und legen... Tum, den Stahl hier entlang. Laufen weiter, laufen weiter. Währenddessen können wir hier oben schon mal direkt Folgendes sagen, und zwar... Abbauen. Abbauen. Und, äh... Abbauen. Das bauen wir noch nicht so schnell ab. Also das Lager schon da, und, ja. Ich hoffe mal, die Leute, ähm, sind hier ein paar, die sagen, Jo, wir machen nochmal gerne ein bisschen Arbeitszeit hier. Machen wir doch gerne, und... Ne? Komm, ihr macht das alle gerne. Ich kenne euch doch. Ihr seid doch super... Junkiehaft, wenn es um Arbeiten geht. Kommt. So. Gut. Wieso habe ich jetzt hier den Kristall noch nicht gelegt? Oder ist die freiwillig hochgekrabbelt, oder was? Ja, egal. Wir legen den noch nachher oben. Den anderen legen wir natürlich noch nicht. Äh, doch, können wir auch. Aber den unteren, den hier legen wir noch nicht. Wofür ist eigentlich dieser hier? Das frage ich mich. Ob der das nochmal verstärken muss, oder was auch immer. Egal, wir sehen es gleich. Komm, leg den Kristall ein. Leg den Kristall ein. Mach hinne. Krabbel, krabbel. Sieht das nicht toll aus, Leute? Ich finde das echt cool. Die Grafik ist zwar uralt, aber es sieht trotzdem geil aus. Finde ich jetzt. Ich finde einfach, dieses Spiel ist der Oberhammer. Es ist einfach geil. So. Ja, im Übrigen habe ich heute meinen PC mal fertig zusammengebaut. Das ist ganz Kabelmanagement. Ähm, also meinen neuen PC. Und die SSD kommt aber erst am 5. April, 4. April oder sowas. Das heißt, ich muss da warten, ähm, auf dem PC. Und für mich heißt das eigentlich, ich will dieses Wiggles bis dahin durchgezockt haben. Ähm, da ich nicht weiß, ob es auf dem neuen läuft. Und wenn der neue jetzt komplett ist, möchte ich mit dem neuen PC natürlich auch zocken können. Und die nicht einfach in der Ecke gammeln lassen oder andauernd den anderen wieder anzuschließen, um Wiggles hier durchzocken. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich nächste Woche das Display zum Ende bringen und wirklich viel zocken. Also richtig durchkrabemseln. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alles sofort da ist. Also auf unserem YouTube-Channel. Ähm, denn ich muss die ganzen Videos natürlich noch rendern und so weiter und so fort. Und das nimmt ja auch nochmal Zeit in Anspruch. Und das Hochladen nimmt auch Zeit in Anspruch. Ähm, ja. Und ja, hier unten sind jetzt wirklich die letzten Sachen. Ich frage mich jetzt mal, wofür das ist. Ich lege jetzt einfach mal einen drauf. Mal gucken, was passiert. Krabbel, 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 krabbel. Krabbel schneller, krabbel schneller, krabbel, krabbel, krabbel. 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 Mal gucken, was passiert. Gegen die Wand. Oh. Okay, eigentlich ziemlich unnütz dieses Ding. Egal. Eigentlich war es klar, dass es gegen die Wand kommt. Aber naja, lassen wir das. So, bevor wir den da unten natürlich befestigen, lassen wir jetzt noch Zeit. Und, ähm, erstmal gucken wir jetzt, wie weit sie denn hier mit dem Abbauen sind. Nicht wirklich weit. Wohl, doch schon. Ach, geh doch pennen, ey. Ich wollte nicht angreifen. Ah, zumindest ist die Mucke wieder da. Super. Yeah, so geht's. Wieder was gelernt. Nein, Quatsch. So, Reaktor noch nehmen. Wollen wir auch nix nachher hier vergessen? Mädel. Ne, ohne Witz. Die bekifft. So, Henriette läuft jetzt bis ganz nach unten, um, äh, die Lager einzulagern. So, jetzt reicht's. Schluss mit lustig. Abmarsch nach oben. Das Lager wird jetzt eingepackt. Bam, Ende. So. Genauso wie alle anderen Gebäude jetzt gerade eingepackt werden. So sollte es sein. Damit wir gleich direkt schon den Umzug machen können. Aber ich sag mal so, eigentlich will ich, ähm, ja gut. Das wird einfach mal ein längeres Let's Play. Ich will nämlich eigentlich dieses Quest hier, ähm, beenden. Na gut, so lange dauert's auch nicht mehr. Äh, 20 Minuten, dann werde ich schon den Rest noch abgebaut bekommen. Und dann werde ich dieses Quest jetzt ein paar Sekündchen auch beenden. Also dieses Let's Play, mit dem ich dann dieses Quest beende. So. Zack. So, die machen ja sowieso schon alles, also wie man sieht. Das heißt, ähm, wir machen jetzt das Quest hier einfach zu Ende. Wie der Strahl sich teleportiert und so weiter und so fort. Das mit dem Ring haben wir ja gesehen. Deshalb machen wir jetzt einfach folgendes. Wir nehmen den Zwiegel mal ein Stückchen auf die Seite. Speichern nochmal kurz ab. Dann werde ich dieses Quest hier beenden. Und dann werde ich nochmal kurz laden und gucken, wie das mit der Tür aussieht. Aber das werde ich dann einfach, ähm, nicht ganz durchgängig machen, sondern kurz pausieren. Die Aufnahme. Und dann, ja, egal. So, jetzt, zack. Sie läuft hin und wir gucken auf die Männer. Yay. Ey, das ist ja eine Frau. Habt ihr es gesehen? Der Kristall ist eine Frau. Die Lorelei. Genau, übrigens. Genau das Ding heißt die Lorelei. What? What? Geil. Oh, da hätte jetzt auch ein Ring rauskommen können. Haha. Bam. Bam. Ah, so öffnet sich das Tor. Interessant. Und die stehen da einfach nur mal chillig rum. Hey, ho, Männer. Wuhu. Unser Plan ist wieder komplett. Ja. Geil. Geil. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Er saß einfach auf dem Rollstuhl da. Unglaublich. Und wir haben ganz viele Zwerge, die gerade am Sterben sind. Drei Stück. Die werden es nicht schaffen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Nur die Frage ist, wer das alles ist. Torwald ist das. Dann haben wir den Uriel. War Uriel kein Kämpfer? Ich meine schon, dass Uriel ein Kämpfer war. Ne, war er nicht. Aber Uriel war eigentlich für einen Kampf der Vater, glaube ich. Partner. Partner Grillhamster. Partner ist Grillhamster 243. Seht ihr es? Wie geil ist das denn? Partner Grillhamster 243. Yeah. Partner. Partner Dummy Love Bergwand. Zwei. Mhm. Dann haben wir nochmal... Nochmal einen 243er. Oder das ist ein anderer. Partner Ursel. Aber wir haben einen richtigen. Also wie gesagt, nochmal hier. Grillhamster 243. Und Dummy Love Bergwand. Ja. Sehr geil. Ich finde es super. Okay. Partner Grillhamster 247. Wo ist Grillhamster 244 geblieben? Egal. Wir haben zumindest ein paar Partner, also der Wickelsklam wird weiterleben. Auch wenn die jetzt hier gerade alle sterben. Ist ja egal. Okay. Irgendwie fällt mir gerade auch auf. Die ganzen... Teile hat es zerschossen. Wie es scheint. Oder nur den einen. Tja. Ein Kristall hat es anscheinend zerschossen. Egal. Gerhard ist gestorben. Torwald ist gestorben. Und hier in die... So. Lesen wir es kurz vor. Flucht aus der Kristallebene. Nachdem die Loreley durch den Energiestrahl in Stücke brach, scheint das geologische Gleichgewicht dieser Region sehr fragil. Die Höhle der Loreley wird nun immer stärker von Erdbeben erfasst und voraussichtlich einschützen. Aber der einzige Weg in die Lava-Ebene führt durch diese Höhle. Wir müssen uns beeilen. Sonst stürzt anscheinend die ganze Höhle ein. Und ähm... Wir sind K.O. Das heißt, alle Wiggles nach oben. Da brauchen wir ein paar Minuten für. Und packen uns dann alles mit. Und... Ja. So. Aber das alles im nächsten Let's Play. Ich speichere hier kurz. Und ähm... Bin dann gleich nochmal am Ende dieses Let's Play da... Oh. Glück. Nicht abgekackt. Äh... Da. Und zeig dann kurz nochmal, wie die Tür kaputt geht. Und das heißt jetzt erstmal... Bis gleich! So, da sind wir wieder. Und wie gesagt, zum Abschluss hier gerade noch... Wie die Tür explodiert. Ähm... Ich hab schon mal alles an den Kabeln hier aufgestellt. Ähm... Der Ring in der Magie ist da. Und... Jetzt gibt es halt kurz nochmal den Kristall hier rein. Und dann sehen wir, wie die Tür crasht. Bam. Also eigentlich ganz easy. Aber... Wen es interessiert hat oder so... Ähm... Also mich hat es auch interessiert, ob das jetzt irgendwie noch spektakulär ausgesehen hätte. Naja. Jetzt haben wir es drin. Und gut ist. Und... Ja. Beim nächsten Let's Play dann halt der Umzug in die Lava-Ebene. Das heißt, hier werden die Party-Gebäude natürlich schon abgebaut. Also... Das ist jetzt nicht der aktuelle Spielstand. Sondern der andere ist ja aktueller, ne. Wie gesagt, hier das hat man ja schon abgebaut und so weiter und so fort. Wird ja eben gesehen. Und... Ja. Dann bauen wir die ganzen Sachen ab. Packen unsere ganzen... Mit den Männern und so die ganzen Sachen hier zusammen. Und gehen schnell ab durch dieses Tor, was ja schon aufgeplatzt ist eigentlich. Und ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Und mit diesen schönen Bildern von diesem Ring der Magie und diesen Lasern verabschiede ich mich in diesem Let's Play. Und bis zum nächsten Mal. Wickelt ihr rein. Tschaußen. Tschaußen.